ich probiere nochmal legacy nicht so easy im moment wir haben ja rausgeholt in der letzten zeit wir riskieren jetzt mal ein bisschen und den einsatz ja krass das wäre heftig trau dich doch einfach, geh mal rein ja mann und jetzt verlängern auf den anderen kopf puh ok ein volles, ein volles komm bitte verlängern wir auch so todeswichtig komm 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 ja mann ja mann geil jawohl ein premium symbol dann davon mal vier fünf stück dann ist ja alles aus vollen jawoll heftig wir sind zurück auf dem einsatz ein vollbild krass krass Geil! Perfekt! So kann auch so ein Sonntag aussehen, ja? Oh, jetzt Kopf, Kopf, Kopf! Verlängerung, Kopf! Ja, Mann! Alter, ich glaub's nicht! Das kann's jetzt werden, Leute! Das kann's jetzt werden! J, okay! So wie Gämmel, Joey! Hau rein! Ei, 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 ei! Krank! Krank! Auf 25 Euro, krank! Jetzt kann er echt was machen! Jetzt haben wir ihn! Geil! Machen wir mal einen Vierer von den Premium-Symbolen! Ah, okay! 24 Feuerspieler auf 25 Euro im Magazine! Krass! Hatte ich, glaub ich, auch noch nicht! Und das im Live! Heftig! Alter, was? Was? Junge! krank! Alter! Wir haben alles basiert! Leute! Pfff! Alter! Und der hört nicht auf! Junge! Was war das für ein Bild! Ein Vierer und eine Fünfer-Reihe! Einfach Symbole! Heftig! Alter! Alter! Und ich riskiere heute auch noch so richtig und werd dann auch noch belohnt! Alter! Wenn der jetzt noch verlängert, ich glaub nichts mehr! Er hat ein Volles gemacht! Dann ein Vierer! Dann ein Vierer! Fünf Dinger da! Es ist ja auch nicht auf so einen, keine Ahnung, einen Euro oder so! Pfff! Heftig! Das war ein heftiges Video! Kran! Alter! Ja! David! GG! Geil! Junge! Boah! Wie chillig! Geiles Ding! Da ist halt nur Vorfit, ne? Geil! Pff! Falf Grignos hat gerettet. Mal wieder. Macht er noch eine Verlängerung? Nee, er ist durch. Ich auch. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie heftig, nice. Alter. Ja, Leute. Das waren 17.625 Euro. Wir haben eine Balance 20.000 Euro. Ja. Dann probieren wir es mal, ne? Auf den 50er. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal direkt rein. Alter, zu krank. Zu krank. Alter. Darauf muss ich erstmal klarkommen. Wenn er jetzt nochmal reingeht, ne? Ey, Simon. 25 Euro Freispiele in Legacy gehabt. 17.000 Euro. Ja, ich werde jetzt erstmal aufgehen. Leute. Simon, ich werde es auch nochmal bei YouTube hochladen. Du wirst jetzt die Tage sehen. Danke fürs Zuschauen an alle. Hat echt Bock gemacht. Hat echt Bock gemacht. Hat einen Mega Win geholt. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamble Joey. Haut rein und macht's gut. Ciao, Leute.